Hallo Leute! Willkommen zurück zu Super Mario Party! Wir haben mit dem Film Film & Cheez & End! Hallo! Ich bin der Cheez & End, auch Cheez & End! Ja, jetzt halt den Mund, das war halt. Und den haben wir schon, das ist von dem rechts hinten, von dem roten Guy dort. Das ist ein Chili! Das ist aber schon cool, das Ganze, ne? Wir brauchen schon das Blade. So, schon. Und jetzt hier geht's weiter mit der Partner Party! Nix davon. Und zwar mit der hier. Domino, Ruine, Schatzsuche. Wir spielen gegen zwei Starke, und wir zwei sind zusammen? Ja, also ich würde sagen, wir spielen einmal zusammen, und dann spielen wir miteinander. Doch, auch mal. Ja, machen wir trotzdem. So, okay, erstmal so. Gegen zwei Starke ziehen wir uns. Mal schauen, wie das wird. Ja, die Map kennen wir schon, aber jetzt ist ein anderes Platz. Super Mario Style, ja? Da kann sich frei gewinnen, nicht mehr aus diesen komischen, runden Feldern landen. So. Und hier gibt's ja Schlüssel. Geil! Ja. 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 Ja, da ist ein Spiel in dem Team anders. Und das andere ist im Intervall schon cool auf den Stern. Und zu gewinnen, müsst ihr hintereinander absprechen. Immer noch nicken. Wenn jemand von dem Gegner stammt, kann ich einen Winzen klauen. Wie geil! Ja, dass es bei mir nicht um mich beschäftigt, aber ist auch egal. Irgendwann kommt der Moment an, die mir genug winzen, die sein besonderhaft. Ja! Heute habt ihr zum Feldzugang. Nimm ein Sternzeug. Und ich habe ein bisschen Heißwege. Weißt du, was ist alles da hin? Ja, auf der Stelle gehen wir lieber, die auf Gegner stammten. Dass sie eine Fußwatte werden. Dann kann ich sie mir fast auslegen, genau. Wir haben zusammen mit den Digitrein zu regeln. Oder die Digitrein auseinander. Ja, das sehe ich auch nicht. Dann lasst uns ja auswerfen, wenn es unbedingt. Die Digitrein sind zusammengezählt. Juhu! Das ist eigentlich mal eine neue Zeit, oder? Die Digitrein sind jetzt noch die erste Stirnbezüge, die es zu erreichen geht. Oh, da hinten! Also in den Modus kann man ja überall landen. Hier, welche langen Kassin-Stellstoffe? Die beiden will ein Kölzimmer-Mehre. Ich gerne abzahlen wir schon zwei. Aber jetzt weiß man, wie viele ihr noch gespielt. Das will ich auch. Drill, singen sie noch. Bevor die Hose zeigen, müssen wir aus der Inseite. Wir werden hier abklatschen. Aber ich bin nicht verwandeln müssen. Prima, da kann nichts mehr schief gehen. Beide Mitglieder sind ihre Items. Es wird ein gutes Teamwork, äußerst wichtig. Was Yoshi und so komische Sharia-Kippen wahrscheinlich nicht haben, ist auch egal. So, jetzt um endlich das Stattel- und Erste Team am Zug. Und wir gehen hin. So, das läuft nicht so schön. Wir bauen die Schuhe mit. Okay, so, die Brände weg. Massen wird. Und das ist nicht der erste Mal. Und wir machen die Schuhe mit. Und wir machen die Schuhe mit. Ich habe nicht schon gedacht, dass er auf Items kommt. Aber dann kommt's nicht. Ich habe mir die Schuhe mit. Ich habe die Schuhe mit. Ich habe die Schuhe mit auf Items. So, zack! Mein Pilz. Das ist schon schön. Aber was ist das? Was? Was? Was ist das? Was ist das? So, siehst du jetzt rein? Ich will auch jetzt schon ein schlechtes... Okay, sie schreit rein. Und die auch schon. Sieh und vier haben sie. Oder wie und Null? Oh, jetzt macht er den Mund auf Klammer. Ich darf es nie spielen. Das ist Blödsinn! Ich bin schon mal da. Ich muss da nur rum... ...durten und basteln. Ja! Ah, jetzt geht's! Start! Start! Wo rumt ihr noch? Wo musst du noch? Luch hinein! Oh, schau! Die wollen was anderes machen. Wahrscheinlich. Ich bin schon mal da weg. Ich muss noch... ...schneifen mitrieren! Die muss nirgeln. Nein, das ist schon... Du musst doch hoch. Doch! Na! Ach so. Oh! Jetzt müssen wir noch etwas machen. Was? Du bist falsch! Nein, was machst du? Du bist falsch! Warum denn? Wo können wir da stehen? Du bist falsch, siehst du? Kannst du es schaffen. Scheiße! Du bist schlecht! Schaff mal, schaff mal, schaff mal! Nein! Mach doch! Die habe ich vergangen. Das hätten sie auch eh noch verkackt. Schaff mal, was die da los ist. Gewammelt! Fertig? Fertig? Jetzt werden wir aufklären, Leute. Yeah! Zehn vier Gesperrungen. Nein! Oh! 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 Ich geh jetzt mal zum Stern. Oh! Das war Mario! Da ist jemand! Wer kennt den? Das ist der Roter. Was ist Roten wie Gewalt? Ich verwende das Item. Was ist Roten wie Gewalt? Mache, dass ich die Brust voran hatte. Pfff! Der wird zwar wieder der Beste! Jetzt ist ne Bedienung. Genau, ein Null mit dem... Ups, da war's. Ich guck auf den Schuss. Ich geh'n bisschen mit der Farbe. Ja! Ich geh'n bisschen mit dem Mario klemmen. Ich geh'n bisschen mit dem Mario klemmen. Ich hol'n bisschen mit dem Mario klemmen. Man, das ist nicht so. Wollen wir auf Sternen gehen? Nein, da geh'n bisschen mit dem Stern. Ich geh'n bisschen mit dem Mario klemmen. Oh, Gott sei Dank, die würde ich rüber spielen! Nein! Was ist denn? Wie geht's hier aus? Ich hoffe ihr vertragt euch, naja. So gut ist das. Warum? Geh mir einen Sternbund. Wir haben eine Münze. Warum machst du das so gut? Hier was drauf, wenn du dich nimmst. Reicht schon? Ich bin froh, das braucht man nicht. Ich weiß gar nicht. Hallo, hier ist Dumball. Jetzt bist du auch nicht smart. Jetzt bist du auch nicht smart. Mal sehen, woher sein wird der nächste Stern. Alle drüben. Mal, mal in der Welt. Da wärst du halt immer hingekommen. Was ist denn so ein Todtipp an? Schau, da warst du aber auch nicht. Meinst du, dass ich mir auch schon hier in den Ballein bin? Na ja, in den Ballein. Oh nein, das ist so wunderbar. Warum geht Yoshi eigentlich falsch? Schau, das ist schau geil. Das steht genau so schön wie du? Ja, die sind so schön. Nein, nicht unbedingt. Gesicht ergreifbar. Runter. Ach so, ich bin da. Na, das ist so wunderbar. Haha, das ist so wunderbar. Oh, was ist denn so gut? Oh Gott. Hahaha. Nimm mal, jetzt hast du den ersten Schuss. Ich muss noch mal aufs Auge trauen. Na, mal auf beide Augen. Runter. Nur der beste Mario auf jeden Fall. Ich habe das Auge verloren. Ich habe das Auge verloren. Das ist aber perfekt. Und die haben überhaupt nichts. Hä, die sind jetzt so wunderbar. Das ist aber cool. Ich muss das mitnehmen. Ich habe es ja gerne gegeben. Und wie soll ich das mitnehmen. Dann muss ich das mitnehmen. Wenn du hier runter tust! Na rechts, rechts, rechts! Hier noch hoch bis hin! Ende! Hahahaha! 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 63! Hahahaha! 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 Das Auge ist aber wirklich... Bro! Leute, habt ihr auch das Auge auf der Backe? Hahahaha! 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 Immer noch Bellstück! Mit dir ist der Müll! Ja! Das ist richtig Müll! Müll! Warte, komm, ich bin super bei mir vielleicht zu... Ah, da unten ist der Warhol! Hahahaha! Schau, der Kolomuspringer hat gedacht, das stimmt irgendwo! Ich bin der, oder? Ich bin der, oder? Ich bin der, oder? Ich bin der, oder? Ja, ich bin der, oder? Nein, das wollte ich nicht verwehen, du! Ich bin der, oder? Ich bin der, oder? Ich bin der, oder? Du! Wollst du? Das bringt aber bei dir nix! Na, ich hab ihn auf, bevor es einlöst! Du warst da! Du kommst da nicht hin! Schau mal auf die Spielkarte, du kommst da nicht hin zum Sternen! Oh, du, du, du! Mann, halt der Mund! Oh! Du, 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 du! Oh, der Blut! Oh mein Gott! Komm mal gleich da hin! Hier, kommst du zu euch und du brauchst keinen Dienst! Das ist gleich wieder hier! In den Schacht! Jetzt kannst du die rote Münze gleich bekommen! Die rote Münze nämlich... Die rote Münze ist... Fünf Münzen! Ich geh jetzt da hin und dann schau ich da rauf! Ja, dann kriegst du eine Ware und nächste Hunde! Ich schnapp mich so schnell weg! Hallo, Gumba! Meine 4 AG! Wer fährt der Pause? Entschuldigung! Ich höre dir alles geben! Oh, ja, das heißt zu stehen! Die rote Münze! Meine Zeit! Ich habe mal wieder meinen Rote Münzen gesucht. Der Rote Münzen! Ichơn die Rote Münzen! Ehh. 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 Die Wadartin. Was? Was ist das? No, bitte nicht. Schon wieder. Nein. die unterlieferung die schäge ich schämlich da findet die joshin noch anders und wenn ihr auf diesen kanal nichts mehr verpassen wollt aber nicht doch gleich aktiviert die glocke Glocke von Fink-Fing schlaßt. Na schön. Ja, da kommt es aufs Timing an. Aber es ist voll die schöne Grafik. Es ist voll das schöne Tal, wo man hier nachquatert. Die riecht' mir oberhalb von mir. Keine Ahnung wenn du runterfällst. Lies mit Hüterhautsprungen, ich hab keinen Ahnung. Aber ich finde auch voll weit gesprungen an hier. Jawoll! Ja, voll den Hüternehmen. Ja, ich finde ihn auch voll weit gesprungen an hier. Ähnh. alles klar ja ich hab den Omo unterbauen, ok? was soll ich da die Münze einsacken? nimm die Daisy oder Flink 4? ich bleib da und du wirst den Schlüssel geschaffen, weil er ist nämlich ja durchschau der ist da unten kannst du den holen, dann kannst du den hier in den Pilze einsetzen kannst du da eine Pilze ein? da ist die Sto an nein, die sind mit rein, schau mal, was hoch geht nein, noch hoch rein, schießt die ja, nein, nein, schießt die warte, die flüsten rumgehen jetzt kriegst du auf den Schiffen ich schau mal, wenn du gehst, dann nimm noch die Pilze mit dann ist die Schiffen ich brauche keine zwölf hallo warte ich brauche keine ich brauche keine Eise ich brauche wieder nachschaffen die Eise ich brauche wieder nachschaffen die Eise anziehen wir ein bisschen Spaß und die Eise sind doch ein bisschen ok die besten Eise die besten Eise die Güten von der Masse her wahrscheinlich ich freune, die Citroën das braucht sie dann wieder die ist Sie brauchen 16 Felder. Was soll das logisch sein? Aber das ist nicht logisch. Das ist nicht logisch. Da drüben ist doch der Kumpel. Da kann ich noch gar nicht hinlegen. Oh! Verbündet das nicht? Ich hab mir gar nicht gehört. Call your friend. Oder du schaffst dir einen Freund. Pass mal. Wie ist es? Das ist Fußball, Juhu. Ja, du kannst viel Freude. Grüß du, Pui! Hallo Mario! Komm, tschüss! Tor! Tor! Der Sprecher von Marius. Hallo, sagst du bei Adventures oder Tor? Start! Ja, warum muss man in den Spieler? Du musst! Du musst! Nein! Du musst schauen, wie du... Ich denke, was machst du hier? Ja, und dann ist mal spiel ich bei der Schuh. Weil das ist auch bei der Schuh. Guck, was? Oh! Ja, das ist immer geil, das ist immer geil. Eigentor. Was ist das denn? Was ist das denn? Das ist ein Duder. Der ist zu faul zu gehen. Siehst du das fast nur? Na, da da da! Ruhig! Wir haben alles tun, wir haben schon. Hau rein, Mario! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Hau rein! Das ist mein Nuss für ein Lacher. Der hat Fall, der ist ja dauernd. Ach, ich kann mal schießen. Hau rein! Nein, was ist das? Wow, ich war es denn für ein Schieß. Das ist passender. Ja! Das Spiel macht mehr Spaß, wenn es viele mehr Kinder hat. Ist doch nur gut. Nein! Das Spiel macht auch viel Spaß, ne? Das Spiel macht auch viel Spaß. 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 Fertig? Ja! Guck mal, sieht aus wie ein entsprechender Kackhaufen. Ich bin ja eh 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 eh. Ich bin ja eh 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 eh. Da kennst du dich so ein Kackhaufen im Iamchi. Den müsstest du über Gumb da gub. Man spürt da Kackhaufen! Auf'n mit zwei Beinen. So, gehen wir mal zur Schatzkiste. Da muss ja alles kommt auf die Pakine. Wie ist das? Warte, den gibt es wen? Na den Yoshi. Den Yoshi. Bitte. Wie ist das?! Wenn du mal mit der Gift willst, müsste ja sterben. Der muss nur mit der niedrigeren Bezahlung. Vielleicht kommen wir da sogar raus. Es geht ums Ganze, ne? Es bringt nichts. Du. Hast du? Ich weiß nicht, ob ich einen Traum habe. Du guck... Lass dich bitte bleiben. Es bringt nur was, wenn du weit weg bist. Wie du bist! Mario! Ich bin zu klein. Wer kommt? Ich bin nach unten. Schatz, aber wir sind da. Schatz, kannst du das nicht? Ich bin zu klein. Und... Start. Ja! Ja, ey. Kacke. Leicht verliebt. Ach, warum? Ja, du hast es mir echt schon gemacht. Fertig? Ja! Ja, das kann man auch mal erzählen werden. Das haben die da unten in der Nähe schon. Ich habe da unten eingeknachtet. Ja, mehr Münzen und mehr Sterne. Wieso gehts nicht? Es wird sehr großartig sein. Davi mit Tonic hab ich dir geholfen. Ja, ich bin einfach. Ich hab die Gefühle einfach. Und du bist oben. Wow, ich sehe die Stirnfeld, was du noch nie gesucht hast Herr. Ja! Und was bestem er hast du? Nee, ich kippe ja die Dinge, gar. Yeah! Fertig? Ja, da haben wir auch fertig. Ich dachte, du fertig? NEIN! Ja, dieses NEIN! Nicht kennen, muss das Best-Low von Gangplast-Promier anschauen. Da habe ich auch zwei Remix gemacht. Ja, echt! Einmal von Hamdi-Damdi und einmal von Lina-Jahr. Lina-Jahr! Ja, Lina-Jahr! Ich habe die Fähigkeit schon wieder hochgenommen. Ich habe die Fähigkeit schon wieder hochgenommen. Wie Yoshi schon richtig gewährt, sie hat sich die Achseln gewaschen. Was ist das? Schau mal, der hat den Weg hoch da. Das war gerade voll das Pumpturm. Habt ihr gesehen, das ist in der Nase? Ah, der holt sich den Buh. Wahrscheinlich, weil er das anziehen möchte, dass er nicht aufessen kann. Die kann man nicht damit tun, weil er kann ja immer sich den Fug aufreißen. Da geht er durch die Wand durch und dann bin ich voll damit. Und das stirbt dann. Dann going amendment 2. Oder schism- Cleber, außer Warpulations. Nach dem Chat möchte ich mir jetzt noch 50 Minuten Kaffee über die Welt. Keine Werbung, ich habe 50 Euro. Ich bin sab. Keine halben Sachen. Ui, das ist geil. Das ist echt geil. Es geht in vier Stunden. Oh! Ja, moin, die anderen sind einfach viel besser. Äh, warum? Ja, weil du schlecht bist. Ich hab nicht gesagt, dass du scheiße bist. Ich hab gesagt, du bist schlecht. Guck, mach hin. Mach hin, boi. Oh, mein Scheu-Stick fällt da vom Boden. Guck mir an. Wir haben auch noch rumgespült. Da waren wir schon komplett fertig. Die anderen waren schon fertig. Das war mal wiederum so offen, dass meine erste Part war. Keine Zeit.